Hallo, my sleepy moon. Schön, dass du heute wieder bei mir bist. Ich war nämlich bei dm und habe neue Pinsel für dich gekauft. Und die wollte ich dir heute zeigen. Hast du Lust auf ein bisschen Unboxing und Brushing-Sounds? Dann kuschel dich schön ein, setz deine Kopfhörer auf und genieße die Sounds mit mir. Die beiden Pinsel, die ich für uns gekauft habe, sind diese hier. Die beiden Pinsel, die ich für uns gekauft habe. Die beiden Pinsel, die ich für uns gekauft habe. Und das ist einmal ein Professional Brush 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 Und einmal eine Professional Large Powder Brush 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 Und die sind beide made with recycled Aluminium. Und packen wir doch erstmal zusammen die Blush Brush aus. Beide Pinsel sind von der Marke und ich hoffe ich spreche das richtig aus, das ist nämlich gar nicht so leicht. Soll ich es dir mal zeigen? Vielleicht weißt du wie man es ausspricht. Schau mal, hier steht's. Lai. Glam. Kannst du das lesen? Ja. Ich lese dir mal vor, was hier drauf steht. Makeup Pinsel im glamourösen Design mit super weichen und hochwertigen veganen Pinselhaar. Dieser Blush Brush eignet sich gleichermaßen zum Auftragen von losen und gepressten Puder. Durch seine spezielle Form passt er sich optimal an die Gesichtskonturen an. Perfekt zu modellieren und akzentuieren der Wangenknochen. Made with recycled Aluminium. Dieser Makeup Brush ist aus recyceltem Aluminium hergestellt. Das ist gut für die Umwelt und den Klimaschutz, denn die Verwendung von recyceltem Aluminium spart mehr als 90% der Energie, die normalerweise zur primären Produktion von Aluminium benötigt wird. Cruelty free and vegan. Wir garantieren, dass dieses Produkt nicht an Tieren getestet wurde und bei der Herstellung keine Tiere zu Schaden kam. Das siehst du hier nochmal ein kleines Siebchen, ein kleines Siebchen, ein kleines Siebchen, ein kleines Siebchen. Und ich finde, die sehen so schön aus mit dem Glitzer. Schauen wir mal, was auf dem anderen Pinsel steht und dann probieren wir natürlich beide gemeinsam aus. Bei der Large Powder Brush steht Makeup Pinsel im glamourösen Design mit super weichem und hochwertigem veganen Pinsel. Dieser Large Powder Brush überzeugt mit besonders feinem, von Hand geschnittenen Borsten. Der große, runde Pinselkopf garantiert ein perfektes und gleichmäßiges Auftragen von losem und gepresstem Ruder und sorgt für ein natürliches Finish. Der Minsel ist natürlich auch mit recyceltem Aluminium gemacht und cruelty free und vegan. Packen wir beide mal aus. Packen wir beide mal aus. Packen wir beide aber auch in die Und ganz, ganz flauschig. Mal sehen, ob ich die beide nach ein paar Monaten noch auseinanderhalten kann. Packen wir mal die andere aus. Und das ist die Blush Brush. Und beide haben hier den Namen eingraviert. Und die ist auch super, super weich. Ich wollte unbedingt zwei super flauschige Pinsel für dich haben, die auch gleich aussehen, weil ich das einfach schöner finde. Und ich bin froh, dass ich die hier gefunden habe. Ich hoffe sehr, die gefallen dir auch. Ich bin froh. 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 Und... Ich bin froh. 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 Vielen Dank. 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 Klingt genau so gut, oder? Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meinen Penzern. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Ich würde sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich gerne mehr Videos mit diesen Pinzern für dich machen würde. Ich wünsche dir auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall für jetzt oder für später. Ich bin auf jeden Fall. 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 Ich bin auf jeden Fall.